Es gibt verschiedene Animationen. Jetzt erstellen wir ein Objekt, das auf einem Pfad entlang läuft. Sie können jeden Bild- oder Textrahmen dazu nehmen oder selbst einen Pfad mit dem Bézier-Werkzeug zeichnen. Um damit zu arbeiten, müssen wir es zuerst benennen, zum Beispiel Tour 1. Als nächstes benötigen wir das Objekt, das sich auf dem Pfad entlang bewegt. In diesem Fall ist es ein Zeichen im Textrahmen in Form eines Boots, also nenne ich es Boot. Ich definiere es als Animation. Es ist eine Animation auf einem Pfad und der Pfad ist Tour 1. Man kann einige Optionen auswählen. Ich wähle keine aus. Wir aktivieren, klicken für Abspielen, Anhalten. Man kann auch anders die Animation starten. Und zuletzt gebe ich die Geschwindigkeit an. 3 Sekunden. Ich kann auch bestimmen, wo es beginnen soll. Okay, ich bin jetzt fast fertig. Wir sehen uns die Vorschau der Seite an und der Flashplayer öffnet sich. Hier ist meine Animation. Ich kann darauf klicken und das Boot fährt los.